Du hast das Update auf Studio One 3.1 gemacht und plötzlich scheint dein Limiter-Plug-In nicht mehr zu funktionieren? Nach dem Intro zeige ich dir, wie du das Problem ganz leicht beheben kannst. Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Studio One. Und ich weiß nicht, wie es bei euch gewesen ist, aber das Update auf Studio One 3.1 ist im Prinzip relativ lautlos über die Bühne gegangen. Bis ich an den Punkt kam, wo ich einen Song ein bisschen auf Lautstärke bringen wollte. Ich hatte den Mix fertig gemacht und lade wie immer mein Limiter-Plug-In rein, um die Lautstärke nochmal anzuheben und bam, nichts passiert. Irgendwie, alle Knöpfe scheinen verrückt zu spielen und das Limiter-Plug-In macht nicht mehr das, was es vorher mal gemacht hat. Ihr erinnert euch, ich habe mal ein Video gemacht zum Thema Limiter und habe darin alle Prinzipien erklärt, auf welche Regler man achten muss, wie man sie einstellt und was eine mittlere Lautstärke ist und vor allem, welche mittlere Lautstärke man erreichen muss, um konkurrenzfähige Pegel zu machen. Ich verlinke euch das Video mal rein, hier oben, weil die Prinzipien sind die gleichen geblieben. Nur das Limiter-Plug-In funktioniert nicht mehr so, wie es jetzt vorher funktioniert hat. Aber es ist natürlich nicht kaputt gegangen, sondern PreSonus hat nur umgestellt, wie die Knöpfe funktionieren. Und wir laden einfach mal kurz das Plug-In hier rein in unseren Masterbus, das Limiter-Plug-In. Und ich zeige euch mal, was er bisher gemacht hat. Normalerweise, wenn ich den Song auf Lautstärke bringen wollte, ich habe hier gerade mal das Lemmy-Plug-In reingeladen, mit dem ich immer arbeite, dann haben wir am Threshold hier geregelt, ich stelle mal kurz die höchste Lautstärke für alle Peaks auf Minus 1 ein. Das habe ich auch im letzten Video erklärt. Und ihr seht schon, der Threshold ist jetzt auch auf Minus 1 gesprungen. Der geht auch nicht höher als das, was ich bei der Ceiling einstelle. Und normalerweise, wenn ich jetzt Lautstärke haben wollte, habe ich die Musik abgespielt und dann am Plaket einfach den Threshold hier runtergezogen. Das machen wir jetzt auch mal. Ich spiele mal das Stück ab und wir gucken mal, was passiert. Nix passiert. Das Signal scheint stark zu komprimieren, wird aber kein Deut lauter. Ganz im Gegenteil, es klingt irgendwie pumpend und überhaupt nicht gut. Und nach ein bisschen Recherche habe ich herausgefunden, dass Presonus anscheinend das Verhalten der Knöpfe umgestellt hat. Und wenn man das einmal weiß, ist es ganz einfach, das Plugin weiterhin zu benutzen, sodass auch das dabei herauskommt, was wir wollen. Wir wollen ja, dass die mittlere Lautstärke, das sind diese beiden zwei weißen Striche, die hier immer so auf und ab tanzen, dass die minus 12 bis minus 9 dB ungefähr erreichen. Ich habe es ja im letzten Video erklärt, warum das so ist. Und das kann man jetzt ganz einfach erreichen, indem wir eben nicht an einem Threshold drehen, sondern einfach am Input gehen. Dann macht der Limiter das Gleiche wie vorher auch. Er bringt das Signal hoch auf Lautstärke und wir können es genau da runterbringen, wo wir es brauchen. Und das machen wir jetzt mal. Und zack, einfach mal einen anderen Knopf benutzt und schon macht das Plugin wieder das, was es soll. Es bringt das ganze Ding auf Lautstärke und wir können dann endlich wieder den Limiter so benutzen, wie er vorher funktioniert hat. Wenn dir der Tipp gefallen hat, dann gib mir einen Daumen nach oben, wenn du noch weitere Erfahrungen gemacht hast oder vielleicht andere Plugins genutzt hast. Ich habe ja hier nur die Artist-Version, das heißt, ich kann keine Fremd-Plugins einladen, kann nur mit Stock-Plugins arbeiten. Aber wenn du andere Erfahrungen gemacht hast, schreibst du uns gerne unten in die Kommentare, damit die Kollegen, die dieses Video aussehen, auch mitlesen oder mitschreiben können. Mit einem Abo bleibst du auf dem Laufenden und wenn du beim Abo anklickst, dass du fürs nächste Video eine Erinnerung kriegst, dass es rausgekommen ist, umso besser, dann verpasst du kein einziges Video. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir die beste Woche, die du haben kannst. Mach's gut und Yasu!